schönen guten morgen an euch allen das wetter ist genauso jetzt wie gestern 21 wie viel grad sind das ich schätze mal 21 19 21 grad sollte 24 sein aber es kann ja dass die 24 grad kommen jetzt sind es noch 21 grad also teils überwiegend bewölkt nennt sich das teils dicke wolken teils dünne wolken heute zwei leute wieder geburtstag haben und wie gesagt ist auch ganz schön kalt dabei und bis jetzt stürmisch ist es auch noch ich wünsche euch alle schönen wochentag und schönen mittwoch